Michi, grüß dich. Servus, hallo, grüß dich Alex. Rampensau ohne Bühne, das ist doch wie wenn man aus einem Zierfisch-Aquarium das Wasser rauslässt, das Becken ist leer und Klauenfische wie du zappeln dann auf dem langsam austrocknenden Kies rum. Ist das ein Bild, das in etwa zutrifft? Genau, Träumen vom großen weiten Meer, genau, so trifft genau zu. Also wenn dieser Goldfisch noch anfängt zu halluzinieren, dann passt eins zu eins auf mich. Das ernste im richtigen Moment ins lächerliche ziehen, das ist eine wertvolle Gabe und du bist mit ihr ausgestattet. So ist wohl auch dein Buch Rampensau ohne Bühne entstanden. Im ersten Moment aber vielleicht erst mal nur für dich? Tatsächlich. Also es war mehr so eine Selbsttherapie erst einmal, dass man weiter daran übt, sich selber nicht so ernst zu nehmen und mit der Krise lockerer umzugehen. Ja, genau. Weil ich war schon, ich habe schon eine Phase gehabt, wo man dachte, oh Gott, jetzt bricht die ganze Welt über mich zusammen und da war es gut zu schreiben und wieder ein bisschen ironisch mit sich umzugehen und ein bisschen Lockerheit in sich selber wieder reinzubringen. Das Buch ist ja im ersten Lockdown entstanden, also zwischen März und Juni 2020. Wenn du damals gewusst hättest, dass alles noch viel schlimmer wird. Naja, das Buch war wahrscheinlich nicht schlimm, da wäre mir jeder Spaß wahrscheinlich abgekaut, garantiert. Ich bin also im Nachhinein schon sehr, sehr froh, dass ich damals dachte, ja, das dauert jetzt zwei Monate, schreibe ich ein Buch und dann geht es wieder ganz normal weiter. Also das hat der Kreativität schon irgendwie auch gedient. Also wenn ich dich richtig zitiere, dann hast du auch gesagt, man ist ja fast geneigt zu sagen, mei, der erste Lockdown, der war noch schön. Ja, aber irgendwie stimmt das ja auch. Künstler haben noch ganz fröhlich damit kokettiert, dass sie ja nicht systemrelevant sind und haben sich munter im Internet ausgetobt. Ja, bis sie dann erfahren haben, hoppala, das ist tatsächlich ernst. Genau, und viele haben erzählt, dass sie sich super erholen und man macht jetzt auch wieder mehr Yoga, man kommt wieder aus dem Tourstress raus, wunderbar, man übt mehr Gitarre und ja, genau. Ob haben sie vielleicht eine Gegenströmungsanlage noch für einen Pool im Garten besorgt oder sonstiges. War eigentlich ganz, einige haben erzählt, dass sie jetzt auch wieder mehr Sex haben. Tolle Sache, wunderbar, genau. Rampensau ohne Bühne ist ja nicht dein erstes Buch, aber eben entstanden aufgrund der nach wie vor aktuellen Situation. Bist du diesen schwierigen Umständen irgendwo auch ein bisschen dankbar, weil sie aus dir rausgekitzelt haben, was sonst vielleicht nicht zutage gekommen wäre? Also ich bin dankbar bis Juli 2020, also was dieses Buch betrifft. Ansonsten, als der nächste Lockdown kam im November, da musste ich dann wieder neue Ventile finden, um mit der neueren Situation umzugehen. Also ich sage es mal so, im ersten Lockdown war es so, dass ich mit mir selbst ironisch umgehen konnte und mehr in so einem Verarbeitungsprozess drin war. Und jetzt in diesem Lockdown seit November bin ich mehr damit beschäftigt, mir beim Schreiben auch ein Publikum vorzustellen und auch darauf zu hoffen, dass bald dieses Publikum kommt und mir ein Feedback gibt, lacht und klatscht. Und ja, also dieser Traum, dass die auch wirklich jetzt aussitzen und Spaß haben, also der wird bei mir immer, wie Sie sagen, der klopft bei meiner Psyche immer lauter an. Also was macht das jetzt tatsächlich mit dir, dass du versuchst, andere Wege zu gehen, irgendwo doch quasi berufsnahe Felder zu beackern, aber das alles eben ohne Publikum? Was fehlt da? Was macht das mit dir? Also ich habe erkannt, dass das Wichtigste ist, dass man Projekte startet, dass man sich Ziele setzt, dass man sich mit Leuten zusammentut, denen es ähnlich geht, die talentiert sind, ähnlich ticken wie ich und mit denen gemeinsam ein Projekt starten und sagen wir es mal auf. Wir setzen uns auch einen Termin, wann das einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, das ganze Ding und da merke ich gerade, entwickle dich an Spaß und da treten die Sorgen schon in den Hintergrund. Also wenn ich jetzt nur daheimhuckert habe und überlegt habe, was fällt mir allein ein, was könnte ich jetzt verarbeiten, dann würde ich wahrscheinlich schon längst beim Psychologen sitzen, garantiert. Hast du auch Ideen gehabt, die du angefangen, aber nicht umgesetzt hast? Ja, haufenweise. Ich habe teilweise gedacht, ich erfinde eine neue Figur für mich, ich werde ein Kamerateam um mich herum stellen und großartige Filme produzieren. Und dann habe ich mal eine Rechnung aufgemacht und festgestellt, es gibt schon Leute, die dann auch was kosten und bin dann wieder zurück in die Realität und habe dann wieder geschaut, wie man ein bisschen kleinere Brötchen backt und auch Spaß dabei hat. Man muss schon sagen, es waren schon Ideen dabei, wo ich noch nicht zugeben muss. Ja, da bin ich ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen. War auch irgendwas dabei, was du dann erst gar nicht angefangen hast? Was weiß ich, sowas wie eine neue Fremdsprache lernen oder so? Ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich mein Französisch aufbessern soll oder ob ich vielleicht Kochkurse mache oder sowas. Aber ich habe Gott sei Dank eine sehr gute Köchin zu Hause und da werde ich auch in Zukunft Gemüse schnippeln. Aber künstlerisch habe ich mir schon auch überlegt gehabt, ob ich größere Projekte mache. Und dann habe ich aber schnell festgestellt, dass ich nicht mehr das Einkommen habe, das ich vorher hatte. Und folglich war ganz schnell eins und eins zusammengerechnet und dann war klar, dass das überhaupt gar nicht umzusetzen, das geht gar nicht. Also muss man wieder neue Wege finden und ein bisschen die Hörner abstoßen wieder. Und ja, ich habe tatsächlich dann auch ein paar Projekte gefunden, wo ich jetzt dran bin und die Spaß machen und mich am Kopf oben halten lassen. Meinst du damit auch vielleicht neue Umgangsformen zu Hause, also wie zum Beispiel die Ohrwurmfolter? Ja, das ist eine Geschichte, die ich im Buch beschrieben habe. Also das ist etwas, womit wir uns auch schon außerhalb Corona in der Familie auch immer wieder getritzt haben. Also kurz zur Erklärung für den Zuschauer. Ohrwurmfolter ist, dass man einem Familienmitglied eine Melodie in den Kopf setzt, die man schon kennt und die der andere aber auch nicht mag. Also bei uns war das I am Sailing von Rod Stewart. Also meine Frau hasst dieses Lied und das habe ich ihr ins Ohr gesetzt. Und zwar so, dass sie wirklich auch unter Dusche das gesungen hat. Und sie hat sich dann gerecht mit einem Lied, das sie aus Zeiten aus Jugendgottesdiensten gut kennt. Das ist jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde, heute wird getan oder auch vertan. Und das geht dann immer so weiter. Der eine haut dem anderen was hin, der andere haut dem anderen was hin. Das ist jeweils für eine Seite ein großes Amüsement und für die andere Seite ein großes Ärgernis. Momentan sind wir bei Tanzesamba mit mir, sind wir momentan. Das ist ganz übel. Das ist auch schlimm. Vor allem, wenn du dann anfängst zu tanzen noch dazu. Eine Katastrophe. Und du bringst es wirklich den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf. Oder Chinggis Pern ist auch eine Katastrophe. Du brauchst einen Konterohrwurm. Irgendwas, was du magst, was du dann selber dir sofort vorsummst, um das andere zu neutralisieren. Okay, gut. Aber da ist, also ich weiß nicht, da ist das menschliche Gehirn, ist da ein Arschloch. Das menschliche Gehirn gibt dir dann einfach immer das, was dich mehr quält. Ich habe es tatsächlich auch schon mal ausprobiert mit schönen Sachen. Da frage ich jetzt nicht, was das war. Aber es funktioniert nicht, funktioniert nicht. Der Schmarrn bleibt immer vorrangig. Aber, was aus einem Schmarrn alles entsteht, gell? Also nehmen wir mal dieses Buch wieder her. Tagebuch einer Rampensau ohne Bühne gibt es jetzt nämlich auch als Podcast. Und du startest bald einen neuen Podcast. Titel Rampensau mit Ausgangssperre. Das stimmt überhaupt gar nicht. Das ist die falsche Information. Das ist einfach so. Das Buch hieß Rampensau mit Ausgangssperre. Und dann hat der Verlag das nicht mehr runtergenommen. Also das ist ein und dasselbe. Das ist aber so. Ich dachte, jetzt schöpft er das aus. In alle Richtungen. Nein, 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 nein. Wenn ein Projekt beendet ist, muss man nicht nur uns da sitzen. Und jetzt schreibst du weiter, aber nicht alleine. Genau. Also in erster Linie ist es mein lieber Freund Alex Ligl, der ein tolles Theaterstück geschrieben hat. Es geht um Bonnie und Clyde. Ich zeige einmal ganz kurz das Plakat. Das heißt Ratatata, die wirklich wahre Geschichte von Bonnie und Clyde in den Hauptrollen und den einzigen Rollen. Also Constanze Lindner, Michael Altinger und Alex Ligl. Wir sind drei Schauspieler und wir spielen 17 Rollen in dem ganzen Ding. Wir erzählen, dass Bonnie und Clyde jetzt noch leben und nochmal ein letztes großes krumme Ding drehen wollen in Las Vegas. Und es gibt einen Wahnsinns-Showdown am Schluss. Und wir werden das umsetzen und zwar Ende August vor Publikum im Lustspielhaus. Wir glauben ganz fest daran. Wollen wir es hoffen. Du, glaubst du, wir können noch ein bisschen was hören aus deinem neuen Buch Rampensau ohne Bühne? Hast du es gerade da? Eine Seitenkunde, in der Falle, ich habe es zufällig da. Es ist zufällig hier. Schön. Dann schlagt doch schon mal die entsprechende Seite auf. Welche Seite? Es ist die Seite 49 und die Geschichte ist jene, dass man ja beim ersten Lockdown noch selber Atemmasken schneidern durfte. Und meine Frau hat das mit großer Leidenschaft getan. Und die hat mich auch wahnsinnig darüber gefreut, zunächst. Und dann kommen wir eben auf Seite 49. Sag mal, wo hast du denn diesen tollen Stoff her? Frage ich sie. Woher ich den Stoff her habe? Sag mal, erkennst du ihn denn nicht wieder? Deine alten Bühnenhemden. Ich lache. Ja, meine alten Bühnenhemden. Die hast du zerrissen und zerschnitten und Atemmasken draus genäht. Mein ausgemufftes freches Mädchen. Und sie. Ja genau. Meine Stimmung verändert sich jetzt doch. Das ist nicht dein Ernst. Und sie. Woher sollte ich denn sonst diesen Stoff herkriegen? Jetzt weine ich. Du verarschst mich, oder? Sag mir, dass du mich bloß verarschst. Und sie. Die hängen seit Jahren im Keller rum. Die waren völlig eingestaubt und am Boden plagen überall fettgefressene Motten und haben laut geröchelt. Das ist nicht lustig. Und sie. Jetzt krieg dir wieder Ei. Nie im Leben hättest du die alten Dinger noch einmal genutzt. Weder auf der Bühne und schon gar nicht privat. Warum geht's doch gar nicht? Das waren Freunde. Das waren nicht nur alte Hemden. Treue Begleiter durch Freude und Leid. Meine zweite Haut. Mein Zuhause in die oft zu fremden Welt. Von Glamour und Schau. Hier, riech mal. Das ist Schweiß. Echter Bühnen-Schweiß. Zusammengetragen in vielen Jahren. Zusammengetragen in vielen Haaren. Zusammengetragen in vielen Haaren. Zusammengetragen in vielen Jahren. Und sie. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich die Dinger nicht gewaschen habe, bevor ich sie verarbeitet habe. Mein Schweiß ist stärker als jede Waschmaschine dieser Welt. Meine Frau. Mein Schweiß riecht nicht nach Lenore. Das habe ich ja noch nie getan. Das weiß ich ganz sicher. Und jetzt beruhige dich, welchen Stoff hätte ich denn sonst einer Meinung nach hernehmen sollen. Mehr gibt es dann, wenn er es selber lest oder anhört. Auf ein Hörbuch. Auf CD. Rampensau. Ohne Bühne. CD. Bitte kaufen. Nicht Spotify. Nicht dieser. Immer als Geldverdiener. Michi, ich bin schockiert. Weil eigentlich hätten diese Hemden ausgestellt werden sollen. Nach deinem Ableben im Deutschen Theatermuseum in der Galeriestraße. Und jetzt das? Genau so ist es. Ich werde von dieser Weltbühne abtreten und nichts wird von mir bleiben. Doch. Es bleibt das Buch. Es bleibt das Hörbuch vom Buch. Und wer jetzt noch bestellt, und zwar direkt bei dir, kriegt das Buch sogar mit einer persönlichen Widmung. Genau. Und ich unterschreibe es auch noch. Michi, ich danke dir und alles Gute. Sehr gerne, Alex.